Ihr Lieben, kommen wir zu drei weiteren Fragen und es wird eine Frauen-Edition geben. Versprochen. Welche Tasche packst du Schlüssel, Geld, Beutel, Handy? In die Manteltaschen. Ich habe nichts Besonderes, keine Klatsche oder so, obwohl ich das ganz geil finde für Männer. So eine Klatsche, aber ich besitze keine, um es da rein zu tun. Läufe zu klassischem Abendempfang. Aber hallo! Sollte vielleicht schwarz sein, ne? Nach 18 Uhr, wenn es nicht bei einem freundschaftlichen Pokerspiel ist. Aber unbedingt. Frage 3. Sollten Strümpfe die Farbe der Schuhe oder der Hose haben? Also, wenn wir jetzt vom ganz klassischen Gedanken ausgehen, immer zur Hose und immer eine Nuance dunkler als die Hose. Aber die Regel Nummer 1 bei Fashion. Es gibt keine Regeln. Und der beste Weg, da mit einem Bruch anzufangen, sind die Socken. Hautfarbe rein, pinke Socken, grüne Socken, gelbe Socken, colorblocking. Total geil. Knallgrüne Socken zu einem blauen Anzug. Also bevor ihr wilde Muster irgendwie ausprobiert, fangt mit den Socken an. Wir sehen uns bei den nächsten drei Fragen.